du bist so weise weise das war ein stichwort und wie soll ich in rente durch weiß ich auch noch nicht wann wann hättest du gerne oh mein gott ja ich bin da lass ich habe ihn hier gemacht dann kannst du besser spielen oder auch nicht kannst du noch laufen ich habe ihn gerammt ja die bälle sind für mich tot toni bandel alles was mit bandel zu tun hat bin ich am arsch tot war mit dran was hinter mir ja nix gut habe ich weitergeleitet wollte ich ja nicht sagen weil wegen ich wusste eigentlich ja ging nicht so schnell er war zu schnell da nicht gut und gedreht noch das war ich dachte der verpackt ihr noch habe ich so doof gedreht ich wollte ein paar dings nach hinten sieht man das jetzt da und dann 360 grad gedreht kurdel model ja du kennst mich ja alles gedrückt wieder nein was hat das denn ich habe den gar nicht geschossen der andere kommt ja an der seite entgegen jetzt gleich noch das ist ja runtergefahren strada da habe ich in der strafe noch ernsthaft ernsthaft normal wie wie so ein hocker oder so gleich die schmerzen ja schon seit über der woche jetzt das ist nichts gut was ist ein alter ich bin ich dachte ich schön alter du machst du schon jetzt habe ich mich hier weg und noch mal und noch mal hier blockiert die schon weiter auch noch mal weil ich bin quasi teilweise gegen ihn gefahren nein ich habe ja nicht mehr nein und du hast das bitte aber mal deiner und deiner deiner euch gut über zweck gerannt schönes dinge also schöner pass alter weil schon gekommen wie du da ja ich überhole mit sprung wieder in die mitte kommt nur mehr schießen da so schnell gegen gehört als nicht mehr hat geräumt war gut gereicht ja dann ist die bringe mich echt um nicht hoffen dann muss ich das knie ja noch anzeigen eike kommt rüber auch nehmen mit hat er nicht jetzt drin oder sich tun fährst du hin ja hier danach habe ordentlich mitte gespielt ja ich habe ihn verkackt geschossen aber ich habe aufgemacht aufgemacht okay du fliegst habe ich noch gesehen gefällt okay nein ich habe auch nicht gehabt da kommen immer ran die situation war an die ramien dadurch bin in die falsche richtung dadurch gedreht das mies wenn du handbremse währenddessen gedrückt hat rutscht du weiter in die richtung in die du gefahren bist ja nun mal im ort der weg soll dem moment nicht mehr dran nee aber ich halte die meistens immer gedrückt so wenn ich fliege scheiße ich dachte wir weiter gefahren der arsch deiner jetzt stößt der einer schönen schöner pass hat er ich habe hier ist übrigens gekauft ja und zudem die tage mal runter landen ja ich habe ihn angespielt ich habe ihn angeschossen und er geht natürlich rein da geht ins z1 ich dachte ich könnte noch stellen über wegspielen da ja alles folge schade aber dass der reingeht mit abprallern und dreieck ja das war auch gleich aber unfair glaube ich muss hast ihn ja auch klaut ja sehr schön war es oder andere war leider schon genau da habe ich den bus noch mal geklaut ja habe ich noch mal gerammt das laufen nein ja fast das war knapp schreist auch immer rum ja ich kriege den herzgas weil wir hier mit dir zusammenspiel geh du geh du geh du geh du geh du und deine ordentlich versetzt ja man os klasse kann nicht so richtig geht weg jetzt wirst du gast geben halbe minute nur noch ich bin nicht gerade ach das war ich dachte es wäre gerade gewesen nein oder alter jetzt wurde ich ins tor geballert ja probier der geht nicht der war muss man auch können das musst du gar nicht können für 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 dabbel machen selbst ja du bist so geil weißt du das geil bin ich auch noch ein stück scheiße weil ich aber das mit dem geil ist mit neu ja definitiv ich doch wohl ich konnte nicht dabei springen flieg schießt jetzt ja ich wollte noch schnell drüber ich wollte ihn ja rauskommen lassen die noch ein ja ich wollte darüber aber das war knapp ich habe so eine bei gerammt was ich werde nicht mit angekommen nicht gut ja doch gut nicht so nur im ball bitte ja ich habe gewartet bis das ist ja noch mal noch mal ja er macht er macht ihn er verkackt noch einmal hoch er kam da noch dran ich habe ihn ganz schlecht erwischt was auch ja unsere wrong side of life durchgespielt kein bus mama ich komme zurück ich komme zurück nein der war der war der war an stört so gut dazu weil und ich so leck mich ja und ich bin da voll schade aber gut nach der nächsten rohne muss ich mir eben hocker holen ja für deine knie auch direkt abgeschrieben geht in ordnung ja so round two der kfc falsch geschrieben der affe macht ihr den mitㅠ okay das ist und habe mir was gehört ja ja wo steht denn ich werde mal gucken und ein er ist oben ich wollte wieder runter ich will wieder runter oh gott feek man so lautmensch morgens ein tinnitus nein alter so die pillen geraden mitte da so war schön aber daran besteht perfekt den hat er nicht so gut das korrekt das war sogar ein torschuss von mir sagt das nicht ich habe gesagt ja das ist schlimm genug schön geblockt springen nein nicht gut nix gut dass deiner hat dass deiner auch mein bus scheiße ja jetzt ich habe keinen bus gar nicht ich habe ihn das rennt ja schon da passt weiter mit ich nie bringt mich wirklich um jungen wer mit hat hier eine wochenlange hüfte wenn ich gelaufen bin und wenn ich immer sitze und knie weh ja okay das also also unterschiedliche beine dann auch noch unterschiedlich okay ja nicht mal eins wo ich sagen würde okay da ist irgendwo ja ja und läuft gar nicht verpiste ich habe weggerannt fahrer genau ich wollte schon raum das ist ein witz er hat ihn schon wieder gehabt nein das war jetzt gerade schlecht von mir musste ich so machen ja kannst du noch mal ja weil andere war schon da muss ich abwehren das war ja fast regel nummer eins wo ich geworden da unten war ja das ganz laut sagen da die auch schon noch vor das ist ja fast regel nummer eins geworden oder oder ja da unten oder 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 ja hast recht schön ich habe ihn der geht jedes mal auf den ball wenn ich da auch hingehe oh nein der prallt ab hier für dich ich habe wieder an die latte geknallt so wieder warum hast du mal latten dinger muss man auch genauso okay ich habe ihn gefakt weil er mich zerstören wollte alter das war kackab praller also toll nach also da gar nicht aus bisschen nein ich würde sagen das laufen ja da 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 komme ich nicht so gut dran ich stand direkt neben dir okay kommen wir hinten in eckboost scheiße ich hab gar nix ein weggeräumt der ist über mich drüber gefahren what the fuck immer schneller als er danke ja toni regelt hier und zumindest bin ich von den punkten her teilweise besser als die gegner mutter fliegt ja das habe ich gesehen so eine powershot machen okay hätte man machen können der prallt doof ab für mich und der aber ich jetzt bin ich von den punkten besser als die dummen affen aber auch zwei vorlagen ich mein es ernst toni ich brauche echt gleich einen hocker oder sowas ich kann nicht ja klar die runde ist jetzt eh gleich durch siehst du ja die ist jetzt schon durch gott sagen wo ist mein ich bin ich ja auch noch ein hocker ja für fürs knie für die art hochlegen alles kriegen ja war doch ganz gewöhnlicher drop ich nix